Um eine Google-Website zu bearbeiten, muss man bei Google angemeldet sein, dann geht man auf die Webseite und wenn man das Recht hat, die zu bearbeiten, gibt es einen Stift und dann kann man da draufklicken und schon ist man in einem Modus, wo es sich leicht bearbeiten lässt. So ein Element, das kann man klicken und einfach hier reinziehen und loslegen, auf das Plus klicken, dann kommt hier sowas raus und meistens geht es mir um irgendwelche Videos, die schon auf YouTube liegen, draufklicken und mit dem nächsten Klick ist das Ding da fertig. Ich kann auch hier, das ist ein Bild, das heißt ich habe ein Bild hochgeladen und hinter das Bild einen Link gesetzt. Auch hier sind Videos dahinter und da habe ich eben kein so großes Feld gemacht, sondern das sind nur Texte mit einem Link dahinter. Das erkläre ich hier, also da ist jetzt irgendein Text, Link ist diese Kette. Ich klicke da drauf, mache den Link und dann wird das so und dann erscheint hinter dem Text ist dann ein Link fertig. Also am Schluss veröffentlichen, fertig. Ich kann auch Arbeitsblätter, irgendwelche Materialien, Dateien da geben, indem ich, mal zeige ich nochmal hier, wenn die vorher auf Drive liegen, ist es besonders einfach. Ich kann natürlich einen Link irgendwo hin machen, aber wenn die Arbeitsblätter auf Drive sind, klicke ich da hin, genau das nächste, da bin ich. Das habe ich hier gemacht. Da bin ich jetzt in Drive und das ist der Ordner Material zur Website. Da ist so ein Symbol, so ein Männchen. Ich habe diesen Ordner freigegeben der ganzen Welt. Wer auch immer den Link hat, sieht das, was drin ist und da ist eben dieses Arbeitsblatt drin und damit kann jeder auf dieser Erde, wenn er möchte, dieses Arbeitsblatt mit den Aufgaben und Lösungen sehen und Lösungsvideos und so weiter und so weiter. Genau. Und ja, veröffentlichen, fertig. Hammer. Also es ist einfach, der Workflow ist super. Das Einzige, also alles toll, nur es ist Google. Das heißt, wer das nutzt, kriegt so ein Dings. Man muss mit Cookies einverstanden sein. Die sind nicht von mir, das kann ich nicht abschalten, weiß nicht wie. Wäre das, hätte ich einen Schulaccount, wäre es wahrscheinlich anders, aber aus Datenschutzgründen kriegt man natürlich keine. Ist die Schule natürlich nicht angemeldet und der Drama, alles fürchterlich. Mein Dings ist, ich weiß nicht, das Wichtigste ist der Faktor Zeit. Ich hätte überhaupt kein Problem, jeden Monat 10 Euro zu zahlen, wenn ich eine Alternative finden würde. Ich kenne keine, die in so wenigen Klicks das kennt. Und wichtiger als Schülern Google oder YouTube zu verbieten, denke ich, so ein Bewusstsein zu schaffen, wie man sicher surfen kann. Weil diese paar Werbe-Cookies sind wirklich kein Datenschutzproblem, wenn man so ein paar, als Schüler, ja, wenn man so ein paar Vorsichtsmaßregeln nutzt. Oder wenn man sagt, ist egal, dann kriege ich halt die Werbung, die zu mir passt, ja, aber das als bewusste Entscheidung. Gut, der Super an Google ist, man kann hier, und das ist halt toll, man kann die Webseite duplizieren. Also das heißt, wenn jetzt da eins, zwei, drei, wenn da fünf Leute gemeinsam an einer Webseite arbeiten und dann haben zwei Leute, sagen sie haben keine Lust mehr. Wir wollen was anderes machen wie diese drei. Dann macht man auf Webseite duplizieren und dann gibt es zwei Webseiten. Und damit kann man das Projekt trennen. Man kann das gemeinsam zusammenschmeißen. Obwohl zusammenschmeißen, glaube ich, geht schwer. Also aus zwei Webseiten einbauen. Das ist, was geht bei Google, geht leicht und es ist aber ein sehr simples Tool, was nicht geht, geht halt nicht. Da braucht man dann schwierigere Tools, genau. Und, ja, wer eine Webseite starten möchte, geht auf Google Drive und auf das Plus und Sites heißt es. Draufklicken, fertig. Also in drei Minuten ist die Webseite fertig. Die Adresse ist sehr was kompliziert. Google.com, Sites, blablablub. Theoretisch kann man das machen, was ich gemacht habe. Ich habe so www.roberplatz.de und dann eine billig, meine URL bei Jonas gebucht und dann diese Weiterleitung gemacht. Ich hätte auch gerne die Webseite bei Jonas, aber das ist zu kompliziert. Also es kostet so viel Zeit. Die fünf Euro im Monat sind es nicht, aber die Zeit. Die Zeit habe ich nicht. Das Ergebnis ist dann so eine Webseite, bei der Videos von mir und Videos aus YouTube der ganzen Welt präsentiert werden. Und das müssen wir machen, also, dass wir viel mehr Mut haben, Dinge zu teilen. Ich habe zu dem Video heute einen netten Kommentar, da freut sich einer. Und wer jetzt auf Google schimpft, der muss wissen, Schüler freuen sich schon, wenn sie was finden, wenn sie Wissen finden, wenn es ihnen in der Klausur besser geht. Also nur irgendwelche Cookies mit Werbung, das ist schon ein Thema, aber nur eins von vielen, vielen Themen. Und deswegen, ja, machen wir Google. Und deswegen, ja, machen wir Google.